Guten Tag, mein Name ist Peter Rien von Bob Systemlösungen. Ich möchte Ihnen in dieser Session zeigen, wie Sie in Post4SBO einfach herausfinden können, welche Artikel ein Kunde zuletzt bei Ihnen gekauft hat. In diesem Beispiel möchte der Kunde Hans Muster erneut einen Drucker kaufen, den er bereits vor einiger Zeit gekauft hatte. Er kann sich jedoch nicht mehr genau erinnern, um welches Modell es sich gehandelt hat. Über den Reiter Kunden F3 und die Kundensuche suchen wir nach dem Kunden Muster. Über einen Rechtsklick auf den Kunden Hans Muster und die Funktion Artikelübersicht werden alle Artikel angezeigt, die von Herrn Muster bisher gekauft wurden. Per Doppelklick auf die Spalte Bezeichnung werden die Artikel sortiert. Wir sehen, dass Herr Muster bereits einige Male einen Epson Drucker gekauft hat. Diesen möchte er nun noch einmal kaufen. Per Doppelklick auf die Artikelnummer wird der Drucker automatisch in die Belegübersicht übernommen. Dort kann er nun per F12 verkauft werden. Mit Post4SBO haben Sie also jederzeit einen umfassenden Überblick über alle Aktivitäten mit Ihrem Kunden.